Wie sind wir überhaupt auf die Idee gekommen? Was gehört eigentlich noch überhaupt dazu zu so einem Open Source Projekt? Also nach dem Motto, reicht es, wenn man einfach irgendwas entwickelt und dann sagt, hier, das ist so. Oder sollte man vielleicht noch ein, zwei andere Dinge beachten? Vielleicht erstmal kurz zu mir, damit Sie wissen, wer hier vor Ihnen steht. Ich bin quasi Mitgründer der Firma OmniScale. Wir haben MapHoxy vor fünfeinhalb Jahren aus der Taufe gehoben, beziehungsweise gehe ich ja gleich noch drauf ein. Sind Foskis-TV-Mitglied, engagieren uns auf der Foskis, auch hier 2014. Machen auch viel im Open-Street-Map-Bereich, sprich Impossum zum Beispiel, unterstützen auch die SOTIM. Vielleicht die ist auch ein bisschen zu kurz gekommen aktuell. Das ist die europäische Open-Street-Map-Konferenz, die vom 15. bis 17. Juni in Karlsruhe stattfinden wird. Also vielleicht für den einen oder anderen noch ganz interessant, das als Programmhinweis aufzunehmen. In dem Bereich sind wir aktiv, dazu will ich Sie aber nicht mit Werbung überhäufen, sondern eigentlich will ich Ihnen ja was zum Thema MapProxy erzählen. Erstmal so ein bisschen, was ist MapProxy überhaupt? Wie begann das eigentlich? Warum haben wir eigentlich gedacht, okay, lass mal eine neue Open-Source-Software entwickeln? Es gibt ja schon genug, wie wir gestern gehört haben, in dem Einführungsvortrag waren es irgendwie dann 500.000 Open-Source-Projekte auf SourceForge oder so. Warum dann noch eins mehr? Auf der einen Seite haben wir uns gesagt, im November 2008 haben wir uns hingesetzt, haben gesagt, okay, wir haben Kacheln. Also Kacheln, sowas wie Google Maps hat, die waren damals, damals in Anführungsstrichen 2008, gerade total in. Es gab auch ein, zwei Open-Source-Lösungen, die das hatten, die einfach Kacheln ausgeliefert haben. Für den normalen Anwendungszweck, wenn ich jetzt eine normale Webkarte habe, schöne Idee. Auf der anderen Seite kannten wir halt viele Behörden und Kommunen, die gesagt haben, ja, Kacheln sind zwar toll, aber wir brauchen WMS, weil wir möchten untereinander Daten austauschen und wir müssen diesen Standard einhalten. Und irgendwie haben wir aber keine Lust, irgendwie drei bis fünf Sekunden auf unser Bild zu warten, weil ich bin ja aus dem Internet das von Google quasi ja erfundene Kachelsystem gewohnt und von daher will ich ja eigentlich auch schnelle Karten haben. Da haben wir uns gedacht, okay, ist ja eigentlich gar nicht so doof. Das heißt, wir haben eine Kachel-Technologie und wir haben WMS. Nichts einfacher als das, wir kombinieren das einfach und sind fertig. Generell natürlich eine schöne Idee. Geht's jetzt nicht weiter? Achso. Sprich, wir haben uns gedacht, okay, was ist unser Ziel? Und unser Ziel war eigentlich, dass man sagt, okay, wir haben bestehende WMS-Server, wir haben bestehende Tile-Server und wir haben bestehende GIS-Clients. Und das ist jetzt egal, ob ich jetzt meinen Desktop oder meinen Web habe, ob ich jetzt WMS brauche oder Kacheln brauche. Wir möchten irgendwie was bauen, was das Ganze quasi verbindet. Das ist quasi jetzt diese Komponente in der Mitte und dann haben wir uns gedacht, okay, machen wir dann auch ein Cache rein, damit wir schnell sind, das Zwischenspeichern nennen das Ganze dann Map-Proxy. Vielleicht so ein bisschen, wie das Ganze funktioniert, damit ich auch die Leute ein bisschen zu mir hole, die von der reinen Funktion von Map-Proxy, die wissen, was genau passiert. Auf der einen Seite können wir natürlich hergehen und einfach Kacheln ausliefern. Das heißt, wir nehmen ein Bild, was ich zum Beispiel habe, auf dem Server, ein Geotiff oder ein gerendertes Bild und wir schneiden das erstmal in Kacheln. Das würde jetzt reichen, um die Kacheln zum Beispiel einfach so, wenn ich die dann ausliefer, in Open Layers oder im Leaflet anzuzeigen. Das Ding ist aber, wir wollten ja auch WMS. Was haben wir also gemacht? Wir haben geguckt, okay, beim WMS habe ich immer nur eine Bildanfrage. Das heißt, ich kann nicht mehrere Kacheln liefern, sondern beim WMS-Standard ist es so, dass ich immer nur ein Bild zurückgeliefert bekomme. Das haben wir also gemacht. Wir haben geguckt, welche Kacheln sind davon betroffen, quasi von meiner WMS-Anfrage, haben uns die quasi zusammengefügt und haben die dann so ein bisschen zusammengeklebt, sage ich mal, und als ein Bild wieder ausgeliefert. Hat natürlich den Vorteil, dass ich dann die Kacheln, dieselben Kacheln benutzen kann, wie für mein Web und somit aus dem Cache deutlich schnellere Antworten bekomme. Das war so die erste grundlegende Funktionalität, die wir implementiert haben im Map-Proxy damals. Haben wir uns gleich noch gedacht, naja, so ein Thema umprojizieren ist ja auch eigentlich immer aktuell. Egal, ob ich jetzt von Gauss-Krüger nach UTM oder allein schon, wenn ich mich in Deutschland in den verschiedenen UTM- oder Gauss-Krüger-Streifen bewege, haben wir direkt gesagt, okay, wir entwickeln als Grundfunktionalität von Map-Proxy, dass ich ein Cache, also eine Kachel, ein Kachelspeicher auch für mehrere Projektionen benutzen kann. Das heißt, wir müssen den Cache einmal anlegen und können dann zum Beispiel alle Gauss-Krüger-Streifen bedienen. Dann haben wir uns gesagt, okay, Mitte 2009 waren wir so weit, dass wir gesagt haben, okay, wir haben eigentlich ein schönes Produkt, haben das Ganze auch produktiv eingesetzt. Kleiner Haken dabei, immer nur bei uns. Das war natürlich, weiß man dann, okay, die Software funktioniert und sie läuft, sie tut das, was sie macht, aber so richtig gut ist es dann natürlich nicht. Dann haben wir gesagt, okay, wir müssen den Leuten quasi den Zugang zu dieser Software viel mehr vereinfachen. Und wir haben gesagt, okay, jetzt nehmen wir die Software und stellen die Open Source und kündigen das an und wir haben das damals auf der Foskis 2010 in Osnabrück gemacht, in einem Lightning-Talk, in der Keynote und hatten da auch eigentlich sehr viel positive Resonanz, haben auch quasi zu dem Zeitpunkt den Code öffentlich gestellt, haben gesagt, hier, damit ihr uns auch wirklich glaubt, dass wir das Open Source machen wollen, hier ist der Code und zwei Monate später haben wir dann quasi das erste Release rausgebracht. Wir haben gesagt, okay, hier ist eine Version, mit der wir schon mal zufrieden sind, die funktioniert, da gibt es Dokumentation zu, da gibt es Tests zu und die könnt ihr benutzen. Insgesamt jetzt in den letzten Jahren gibt es sieben Haupt-Releases von MapRoxy, das achte ist quasi gerade in Arbeit, sage ich mal, und es hat sich halt herauskristallisiert, dass wir durch diese zentrale Position, die wir eben auf diesen Bildern gesehen haben, viel mehr machen können, als nur ein paar Kacheln erzeugen, sondern wir können halt viel mehr quasi darauf eingehen. Generell haben wir halt, oder versuchen wir halt immer noch, wenn wir halt neue Features implementieren, dass wir wirklich das Ziel haben, dass wir Dinge einfacher machen, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich noch eine Software habe, die es noch komplizierter macht und natürlich muss ich immer ein Problem lösen, das heißt, ich brauche immer eine Software, ich brauche ein Feature, was wirklich ein Problem löst. Ich brauche jetzt nichts, was vielleicht noch irgendwas verschlimmert. Die Frage ist natürlich erstmal, was kann ich jetzt damit machen? Jetzt habe ich ein Kachelproxy und seit 2010 ist schon ein bisschen Zeit vergangen, wir sind alle ein bisschen älter geworden, die Foskis ist älter geworden und von daher mal nochmal ein kurzer Überblick. Auf der einen Seite natürlich ein Kachelserver und bestehende WMS beschleunigen, gar kein Problem. Auf der anderen Seite, was dazugekommen ist, ist der Zugriffsschutz, das heißt, mit der Proxy sind Sie in der Lage, bestimmte Bereiche abzusichern. Das sieht man hier auf dem Bild, glaube ich, auch ganz gut. Sie können quasi ein Polygon angeben, ob das jetzt eine Datenbank ist oder ein Shapefile, das spielt keine Rolle, und sagen, Benutzer A darf nur auf diesen Bereich zugreifen, Benutzer B darf sich zum Beispiel einfach nur ein Layer angucken. Das heißt, hier kann ich wirklich genau einschränken, was ich damit machen kann. Ich kann zum Beispiel auch Kacheln umtransformieren, das ist vielleicht für die OSMler ganz interessant, wenn ich zum Beispiel ein lokals Kacheldienst habe, möchte den aber in JOSM einbinden, um OpenStreetMap-Daten zu erfassen. Kann ich mit MapProxy einfach einbinden und MapProxy transformiert das dann on the fly um. Und das ist relativ einfach. Vielleicht nochmal ein kleines Beispiel aus der Praxis, damit man so ein bisschen sieht, dass das Ganze auch wirklich Nutzen hat. Also wir haben zum Beispiel einen Kunden, der ist Netzbetreiber, in 16 Bundesländern tätig und kauft halt bei den Kommunen bzw. bei den Ländern 16 WMS-Dienste ein, damit er die für seine Mitarbeiter nutzen kann. Und die erste Idee, die natürlich kommt, cool, wir haben WMS, wir haben WMS-Standard, hat das OGC mal aufgeschrieben. Sollte ja eigentlich total einfach sein. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Wenn Sie das einfach nur über den WMS-Standard machen, verspreche ich Ihnen, Sie werden viele graue Haare bekommen und sich wünschen, dass Sie MapProxy entwickelt haben. Sie haben nämlich das Problem, dass diese 16 WMS auf der einen Seite verschiedene Autorisierungsmethoden haben. Das heißt, bei dem einen haben Sie Benutzernamen, Passwort, bei dem anderen, die anderen sind komplett frei, die anderen haben irgendwie einen API-Key, der sich täglich ändert. Also das ist schon mal das eine. Und das andere ist, generell ist es anscheinend nicht ganz so einfach, WMS-Implementationen zu lesen. Also das ist ein OGC-Standard. Weil viele Anbieter, auch Proprietäre vor allem, den WMS dann einfach mal so interpretieren, wie Sie ihn gerne hätten und einfach mal zum Beispiel keine Fehlermeldung zurückliefern oder einfach Parameter ignorieren, die man überträgt. Das ist ganz spannend. Das kann einem viel Freude bereiten. Zweiter Punkt, den wir ja eben auch schon hatten in dem Vortrag davor, Projektion. Die 16 WMS haben fünf verschiedene Projektionssysteme. Die einen hat einen Gauss-Krüger, die anderen haben einen UTM, die anderen haben gesagt, hier, wir machen Webmerkator. Das ist halt so ein buntes Gemisch. Und ich brauche das halt für den Kunden in einer Projektion, weil der Mitarbeiter, dem ist es egal, wo das herkommt, der muss sich seine Leitung angucken und der will mit dem GIS arbeiten. Und dem ist es egal, ob das jetzt was für ein Projektionssystem da hat und etc. Teilweise war das auch recht interessant, dass die WMS-Dienste dann zum Beispiel keine Transparenz unterstützt haben. Das heißt, wenn sie zum Beispiel irgendwelche ALK-Daten haben und dann irgendwie auf Luftbilder legen wollen, funktionierte das halt erstmal einfach nicht, weil die ursprünglichen WMS quasi keine Transparenz hatten. Fazit natürlich, ich meine, sonst würde ich hier nicht stehen und so ein tolles T-Shirt tragen. Setz mal MapProxy an, und alles funktioniert. MapProxy ist halt in der Lage, durch diese zentrale Position, die wir eben gesehen haben, dieses Server quasi zu vereinheitlichen und zu einem WMS-Dienst zusammenzufassen. Das heißt, sie haben nachher eine URL für ihre 16 Bundesländer. Das heißt, sie können dem Mitarbeiter sagen, hier, das ist dein Dienst, du bindest den ein, du musst dich nicht ums Anmelden kümmern, du musst dich nicht ums Autorisieren kümmern, bind ihn einfach in den Desktop-GIS ein und benutze ihn. Dazu hat man dann halt auch einen validen WMS, mit dem die Desktop-GIS-Systeme umgehen können. Das heißt, wenn der WMS mal einen Fehler liefert hat, also der ursprüngliche zum Beispiel, bekomme ich über MapProxy dann halt eine vernünftige Fehlermeldung und habe auch halt ein einheitliches Koordinatensystem. Und was halt auch sehr schön ist, im Hintergrund, ich kann den Hintergrund halt zum Beispiel transparent machen und kann somit auf einmal wieder meine Layer übereinander legen. Ich hatte eben am Anfang aber eben angekündigt, dass wir auch so ein bisschen, dass ich nicht nur die reinen Funktionen erzähle, sondern auch so ein bisschen, was im Hintergrund passiert. Also MapProxy als Open-Source-Projekt ist entwickelt in Python und natürlich viele Funktionen erzeugen viel Code. Wir haben das gestern auch gesehen in der Keynote. Da wurden ja irgendwie die Lines of Codes von den Desktop-GIS-Programmen verglichen. Das ist immer ein bisschen schwierig, ob man das für vergleichbar hält. Aber generell kann man zum Beispiel sagen, also wir haben eine Code-Basis von 13.500 Zeilen Code. Das klingt jetzt noch okay. Was aber halt wirklich eine Besonderheit ist, wo wir auch ein bisschen stolz drauf sind, dass wir halt fast dieselbe Zahl Zeilen an Code für Tests haben. Das heißt, wir gehen halt her und jede Funktion, die neu implementiert werden muss, auch wenn Sie zum Beispiel einen Pull-Request schreiben oder Sonstiges, verlangen wir halt quasi, dass da auch ein Test zugehört oder schreiben den Test halt im Zweifel selber, sodass wir wirklich sicher gehen können, dass die Funktion, die ich implementiere, auch funktioniert. Bei Tests unterscheidet man nochmal zwischen Unit- und System-Test. Das ist aber eher ein bisschen irrelevant. Also insgesamt über 1.300, fast 1.500 Tests. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist natürlich immer aufwendig, das automatisch durchzuführen, wenn ich jetzt einen neuen Pull-Request habe oder so. Dafür gibt es Jenkins, Chuck Norris geprüft, führt automatisch quasi diese Tests durch, auch auf verschiedenen Python-Versionen. Also jemand, der sich mit Python auskennt, weiß, es gibt Python 2.5, 2.6, 2.7 und Python 3. und gerade zwischen 2.5, 2.6 gibt es halt immer wieder so Dinge, die man beachten muss, wenn ich was implementiere. Und da sieht man hier zwischendurch auch, ich habe so ein, zwei rote Punkte, da schlägt dein Test fehl. Das heißt, der Code musste nochmal angepasst werden und beim nächsten Durchlauf hat es dann funktioniert. Das Ganze basiert natürlich auch darauf, also MapProxy liegt als Source-Code auf GitHub. GitHub ist so das populärste Source-Verwaltungssystem mittlerweile für Open-Source-Projekte. Auch die Open-Source-GIS-Projekte sind da extrem stark vertreten. Also von Open Layers 3, ich weiß gar nicht, ob Map-Server mittlerweile auch da ist, aber es ist einfach sehr populär. WPS hatten wir ja gerade auch schon, dass Sie auch bei GitHub sind. Auch da kann man halt Mechanismen nutzen, nennt sich zum Beispiel Travis CI, um zu gucken, meinen neuen Code, den ich einspiele in meinen MapProxy, funktionieren da noch alle Tests oder nicht? Und das heißt, eventuell muss man den dann halt noch anpassen, den Test, und dann quasi kann man neue Funktionen hinzufügen. Die besten Tests bringen aber nichts, wenn ich veraltete Dokumentation habe zum Beispiel. Also wenn Sie MapProxy-Dokumentation lesen möchten, komplett, es sind ausgedruckt 120 Seiten PDF, kann ich Ihnen nur empfehlen, also müssen Sie es nicht lesen, aber könnte man. Und wir versuchen halt wirklich zu jedem, zu jeder neuen Funktion, die wir implementieren, auch Dokumentation zu schreiben. Das ist halt so, der Gedanke dahinter ist halt, die Qualität hochzuhalten. Das heißt, es zeigt halt, dass man nicht nur sagt, okay, ich sitze irgendwo in meinem Kämmerlein und entwickle Software und das funktioniert dann zum Beispiel, sondern wir gehen halt immer her und sagen, wir hätten gerne einen Test dazu und wir brauchen Dokumentation. Weil nur so macht es ja auch irgendwie Sinn, wenn man mal ehrlich ist. Also natürlich ist es sehr verführerisch, wenn man hergeht und sagt, ja, so ein bisschen, ich mache eben diese eine Funktion und dann funktioniert das und mein Kunde ist glücklich und in einem halben Jahr schreibe ich dann die Dokumentation. Das funktioniert aber nicht. Also es funktioniert einfach, in der Praxis hat gesagt, es geht nicht. Ich muss halt mich sofort hinsetzen, Dokumentation dazu schreiben und die anpassen. Das so ein bisschen aus dem Hintergrund. Wenn dazu Fragen sind, beantworte ich die auch gerne nachher noch. Der Vortrag heißt ja, was war, was wird. Auf der einen Seite. Und deswegen müssen wir uns auch noch kurz mit dem, was wird, beschäftigen. Ich glaube, ich bin viel zu schnell, aber naja, Map-Proxy ist ja auch schnell, von daher passt das. Finde ich gut. Genau, nächste Version wird im April 2014 rauskommen, Version 1.7. Wird vor allem ein paar Bugfixes, ein paar Verbesserungen haben, interne. Hat neue und bessere Bordwerkzeuge, da gehe ich gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Und Version 1.8 wird die erste Version sein, die dann Python 3 unterstützt. Für alle, die das vielleicht nicht wissen, es gibt quasi eine neue Python-Version von 2 zu 3, die sind nicht kompatibel miteinander. Und im Rahmen des Hack-Weekends, was der Foskes organisiert hat, hat quasi der Chefentwickler, Oliver Tonhofer, Map-Proxy soweit vorbereitet, dass es mit Python 3.3 läuft. Und danach natürlich noch ein bisschen weiterentwickelt. Und Version 1.8 wird quasi die erste offizielle Version sein, die damit läuft. Dafür fällt dann die Unterstützung für Python 2.5 weg, weil es einfach nicht mehr up-to-date ist und einfach auch viel Code produziert, der eigentlich quasi nicht mehr gebraucht wird. Ja, diese angesprochenen Bordwerkzeuge liefert Map-Proxy eigentlich schon seit Anfang an mit. Also Map-Proxy-Util ist so, wenn Sie zum Beispiel die Map-Proxy installiert haben. Es gibt seit kurzem auch von, wo ich glaube in Niederländer war es, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, ein Windows-Installer-Tool. Ich habe es leider noch nicht getestet, aber er hat das neulich auf der Mailing-Liste geschrieben, mit dem Sie es quasi ganz einfach unter Windows auch eine Exe ausführen können und es installiert sich. Map-Proxy liefert da aber auf jeden Fall ein Kommando-Zeilen-Tool mit. Nennt sich Map-Proxy-Util. Das heißt, damit können Sie zum Beispiel einen kleinen Entwicklungs-Server starten. Das heißt, Sie können Ihre Konfiguration, bevor Sie das irgendwo auf einem großen Server packen oder so, lokal bei sich testen und gucken, ob das Ganze funktioniert. Dazu ermittelt, ist halt auch möglich zwischen Auflösung und Zoom-Level zu berechnen. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel einen bestimmten Maßstab haben oder haben ein eigenes Gitter, können Sie das halt damit berechnen. Sie können auch zum Beispiel berechnen, wie viele Kacheln Sie denn jetzt eigentlich erzeugen. Das heißt, wenn Sie jetzt gerne wissen möchten, okay, ich möchte so einen Kacheldienst machen, a la Google, sage ich mal in Anführungsstrichen, von meinem Bundesland, wie viele Kacheln erzeuge ich denn da überhaupt, wenn ich sowas komplett vorgeneriere. Das kann mal ganz interessant sein, kann ich nämlich hochrechnen, wenn dann eine Kachel irgendwie 50 Kilobyte hat oder so, wie viel Plattenplatz bräuchte ich denn? Neu in Version 1.7 ist MapProxy Util AutoConfig. Und zwar ist das AutoConfig dafür da, dass bestehende WMS automatisch ausgelesen werden. Das heißt, ich kann quasi bei diesem Kommandozeilentool angeben, wo liegt mein WMS-Dienst. MapProxy liest dann automatisch die Capabilities aus und schreibe die dann in eine MapProxy-Konfigurationsdatei. Zusätzlich kann ich halt auch noch eine Base-Datei angeben. Wenn ich zum Beispiel ein Gitter definiert habe, so erspare ich mir halt viel, viel Schreibarbeit. Gerade wenn ich zum Beispiel einfach einen einfachen, kaskandierenden Dienst haben will über MapProxy, kann ich das halt mit diesem AutoConfig sehr einfach machen. Natürlich irgendwann, wenn man nicht, ja, die logische Konsequenz würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber generell, wenn man irgendwann sagt, okay, wir sind bei MapProxy 1.8, kommen natürlich automatisch, weil dann zählt man 1.9, man könnte natürlich auch noch 1.10, 1.11 zählen, tut man aber oft nicht, dann kommt man automatisch irgendwann im Kopf zu Version 2.0. Und Version 2.0 ist auch schon in Planung. Solche Schritte, wenn man dann wirklich komplette Versionssprünge macht, nutzt man dann dazu, um ein bisschen mehr aufzuräumen. Jetzt auf der einen Seite natürlich Python-3-Support oder wir sind Version 1.8 natürlich auch schon haben. Dann, was man halt dazu nutzen könnte und was wir auch nutzen werden, das heißt, wir werden den Code aufräumen, vielleicht werden aus den 13.500 Zeilen Code dann nur noch 11.500, sie machen genau dasselbe. Hat aber halt den Vorteil, dass man auch gucken kann, was für Funktionen sind in der Zeit dazugekommen. Ich meine, das Projekt existiert jetzt seit 2008, sage ich mal, vom Code her und es wächst und wächst und wächst und irgendwann muss ich halt mal sagen, okay, bevor ich jetzt hier irgendwie zu weit weiterentwickele und irgendwann von Null anfangen kann, nehme ich halt irgendwann eine Versionsnummer, mache einen Break und gucke, wo räume ich auf, was habe ich gemacht, wie arbeitet das Ganze, was sind so die Hauptfunktionalitäten, was sind vielleicht Sachen, auf die ich aufpassen muss. Und was halt auch noch in Version 2 wahrscheinlich kommen wird, ist ein neuer Hintergrunddienst. Aktuell ist es so, dass wir diesen Seeding-Prozess hier haben, womit ich Kacheln vorgenerieren kann. Wünschenswert wäre es aber natürlich, wenn wir da zum Beispiel ein Queue-System haben. Das heißt, wenn ich einzelne Sachen priorisieren kann, was mit höherer Priorität zum Beispiel, dass welche Karten erzeugt werden oder welche nicht. Und was natürlich auch immer wieder ein Punkt ist und angesprochen wird, ob man Map-Proxy nicht um WFS erweitert. Das heißt, dass man vielleicht erstmal so anfängt, den WFS quasi in die Absicherungsschicht einzubauen. Sprich, dass man WFS durchleitet, das haben wir auch schon mal ein, zwei Tests mitgemacht, und dann quasi den WFS absichert und jetzt nicht unbedingt cached, weil WFS-Vektordaten-Cachen ist halt nochmal eine ganz andere Baustelle, aber quasi diese Position vom Map-Proxy nimmt und nutzt, um WFS dann zum Beispiel gleichzeitig mit dem WMS abzusichern. Kurzes Fazit, und dann können wir auch direkt zu den Fragen übergehen. Map-Proxy ist ein sehr aktives Open-Source-Projekt, also es gibt mittlerweile auch mehr als nur Committer, sage ich mal, oder Code von der Firma Omniscale. Mittlerweile ist es auch mehr als nur ein Kachel-Proxy, dadurch, dass der Funktionsumfang halt von damals deutlich getestet ist und worauf wir halt auch so ein bisschen stolz sind und das auch so ein bisschen auf unsere Fahnen schreiben, ist, dass Map-Proxy einfach gut getestet ist und gut dokumentiert. Das ist halt auch so ein Punkt, um zu zeigen, um Transparenz zu zeigen, um auch zu zeigen, hier auch bei Open-Source-Software wird Wert auf Qualität gelegt und das sind nicht alles und nicht jedes Open-Source-Projekt, da sitzen die Leute im Keller und machen das für sich. Und also viele Open-Source-Projekte, die auch hier sind, sind wirklich, wirklich gut von ihrer Qualität, sonst wären auch viele davon nicht hier und würden nicht mehr existieren. Und natürlich kann man immer noch immer was besser machen, das ist natürlich auch das Ziel, aber generell sind wir da, glaube ich, alle auf einem ganz guten Weg. Und natürlich, ich meine, man hätte auch sagen können, nach dem Kachel und dem WMS, ja, eigentlich funktioniert ja jetzt alles. So unser erstes Ziel haben wir erreicht, was wir damals in der Küche so uns ausgedacht haben. Aber natürlich haben wir noch mehr Ideen, die wir dann umsetzen können. Dann danke ich Ihnen fürs Zuhören. Auf MapProxy.org finden Sie auch alle Informationen dazu. Da gibt es auch die Dokumentation, einen Link zu GitHub, wo Sie den Code finden. Wenn Sie Fragen haben, MapProxy Mailing-Liste. Und wenn Sie jetzt Fragen haben, natürlich auch gerne direkt. Ja, vielen Dank, Dominik. Ich glaube, ich muss auch gar nicht fragen, ob es Fragen gibt, weil hier vorhin war schon eine Meldung während des Vortrags. Waren Sie das? Ja, ich habe, hallo, ich habe erstmal eine Frage zur Administration. Vielleicht können Sie die nochmal ein bisschen erläutern, auch wie, ob es Gruppen, sowas wie Gruppen gibt oder ob es nur Nutzer gibt oder Nutzer, die man auch zu Gruppen zusammenfassen kann. Und wie das Ganze überhaupt funktioniert, also wie ich die WMS-Gruppenzuweisung herstellen kann, das würde mich einfach nochmal interessieren. Genau. Also MapProxy ist es so, dass MapProxy eine Autorisierungsschicht hat. Das heißt, wir haben jetzt nicht implementiert nach dem Motto, ihr müsst das so und so machen, weil wir halt auch viele Projekte haben oder Kunden haben, wo vielleicht schon eine Benutzer-Datenbank vorliegt. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Map-Bänder haben, dann haben wir das schon mit eingesetzt. Das wäre meine nächste Frage gewesen, und ob man solch eine Datenbank mit integrieren kann. Genau. Also MapProxy bietet eigentlich nur diese Integrationsschicht. Das heißt, in MapProxy können Sie halt sagen, okay, hier ist meine Datenbank. Dann müssen Sie halt quasi in Ihrer Schnittstelle, die müssen Sie halt ein bisschen selber programmieren. Also das steht jetzt nicht so nach dem Motto, ich kann jetzt auf 20 verschiedene Benutzer-Datenbanken zugreifen. Sie müssen halt sagen, hier MapBänder 3. Sie müssen dann halt sagen, okay, in der MapProxy-Konfiguration habe ich halt verschiedene WMS-Dienste, die ich zum Beispiel auch gruppiert habe, oder Layer, und kann dann halt sagen, okay, wenn du Benutzer in einer bestimmten Gruppe bist, dann darfst du halt genau auf diesen WMS zugreifen. Dann bekommt der Benutzer halt auch nur die Capabilities, die er sehen darf. Also es ist halt schon noch ein bisschen Aufwand verbunden, sage ich mal. Dadurch hat man aber sichergestellt, dass man halt nichts redundant vorliegen hat. Das heißt, Sie müssen Ihre Datenbank nicht kopieren oder Sonstiges, sondern Sie können halt wirklich Ihre vorhandene Datenbank nehmen, und wenn da vielleicht sogar schon ein Layername hinterlegen ist, oder wenn Sie da zum Beispiel hinzufügen können, was ein Bereich er sehen kann, könnte man da auch noch drauf zugreifen. Beantworte das so ein bisschen die Frage? Ja, aber ich habe noch mal, also das schreit ja eigentlich danach, dass Sie auch einen WFS integrieren. Genau. Deswegen, das wäre die logische Konsequenz, das zu tun. Da muss man halt auch mal gucken, wie diese WFS-Absicherung funktioniert. und das ist einfach aktuell, da auch kommen wir da Open-Source-Spiel, so, dass es noch niemand bezahlt hat. Die Nachfrage ist da, aber es hat sich noch niemand gefunden, der gesagt hat, ihr habt hier 5 Euro, so ungefähr, und macht doch mal. Danke. Wenn wir sammeln, wer weiß. Wir können ja gleich einen Hut am Ausgang aufstellen. Wir stellen so eine Box auf. Da vorne war, glaube ich, noch eine Frage. Also Stichwort Map-Bender ist ja auch schon gefallen. Wenn ich verstanden habe, bei Map-Proxy kann ich mehrere WMS quasi auch zusammenschalten, also layern letztendlich. Bei Map-Bender kann ich das auch. Wo macht das, oder wie weit ist da das überlappend, oder wo macht, würde es Sinn machen, also eher bei Map-Proxy das zu layern, oder bei Map-Bender zu layern? Also Map-Bender an sich ist ja quasi die Oberfläche, und da würden sie ja quasi immer noch von zwei Diensten anfangen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das Map-Bender funktioniert, wenn der kaskadieren kann. Ich weiß nicht, ob du da was zu sagen kannst. Also generell ist es so, dass Map-Proxy das quasi auf Server-Ebene macht. Quasi eine Ebene tiefer, als das im Map-Bender passieren würde, und somit hätte man halt, wäre es halt deutlich effizienter, weil halt das immer quasi für jeden, sonst immer für jeden Benutzer neu durchgeführt würde, und beim Map-Proxy halt quasi einmal für alle. Also wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, wie der Map-Bender das da macht, aber dann können wir gleich nochmal drüber reden. Achso, oder so, ja. Also wenn jetzt nicht jemand da ist, der da auch was als Vermittler-Seite auszusagen kann, soweit ich den, kenne den aktuellen Map-Bender, auch den Dreier, ist es halt so, dass ein WMS da eingebunden wird, ist ein Layer, der auftritt, und der taucht auch im Layer-Baum auf, der muss an- und ausgeschaltet werden, oder kann an- und ausgeschaltet werden. Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn man mehrere Hintergrund-WMSer hat, die man zusammenführen möchte, wo man den Nutzer nicht zumuten will, dass die alle im Layer-Baum auftauchen in der Legende, sondern halt nur als einen Menüpunkt, dass man da sowas zusammenschalten kann mit einem Map-Proxy, dass wirklich nur noch ein WMS im Map-Bender auftaucht, und der ist eben Hintergrundkarte, und das war es dann, wenn ich mehr damit machen will. Das gleiche machen wir übrigens heute Nachmittag im Mapserver-Workshop mit PHP, also da gibt es verschiedene Methoden, noch mal eine kleine Werbung, ich glaube, da sind auch noch Plätze frei. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, ich sehe keine Fragen, das ist perfekt mit der Zeit. Ich glaube, wir machen alle froh, wenn Sie vielleicht die Ersten sind, die zum Kaffee kommen, wenn es wieder so eng ist wie gestern. Ich wünsche Ihnen eine schöne Pause.